GTA 5 ist seit heute auch für die Next-Gen Konsolen rausgekommen, das heißt, ihr könnt jetzt auch auf eurer PS4 und Xbox One endlich online oder auch Singleplayer Grand Theft Auto 5 zocken. Falls ihr davor schon auf der PS3 oder Xbox 360 gespielt habt und eure Spielstände, Autos, euren Charakter, euer Geld, alles behalten wollt, kein Problem, das kann man natürlich machen und zwar das Ganze übertragen. Was ihr dafür machen müsst, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen, ich bin Axel von CRDG. Zuallererst müsst ihr, falls ihr noch nicht angemeldet seid, euch beim Rockstar Games Social Club anmelden und zwar geht das so. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum Rockstar Games Social Club, auf dem müsst ihr euch eben anmelden, registrieren, falls ihr auch noch nicht habt. Das Ganze macht ihr einfach auf der Webseite, die wie gesagt unten verlinkt ist, ihr klickt einfach hier oben auf dem Club beitreten und registriert euch dann halt einfach am besten, sage ich immer wieder, einfach mit eurer ganz normalen E-Mail Adresse, das heißt nicht einfach nur mit Facebook einloggen, sondern einfach einen ganz normalen Account erstellen, das ist immer am sichersten und am besten. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch schon zu euren Einstellungen, sprich zu eurem Profil gehen, denn ihr müsst natürlich, wenn ihr euch neu registriert, erstmal auch euren Account verknüpfen, das heißt euren PS3 Account oder euren Xbox Account. Das Ganze macht ihr halt eben hier unten, das steht über mich, da könnt ihr einfach das Ganze verwalten und hier könnt ihr dann halt eben verschiedene Sachen noch hinzufügen, zum Beispiel eben Xbox Live oder Playstation. Macht das Ganze mal und schaut dann, ob das Ganze auch schon aktualisiert ist, sprich, ob ihr bei GTA 5, Unterspieler, GTA 5 halt eben auch schon alles angezeigt bekommt. Wie ihr seht, ich bin auf der PS3 hier schon registriert gewesen, schon sehr, sehr lange, über ein Jahr schon und es ist deswegen auch bei mir alles geupdaitet, das heißt, ihr seht mir meinen Rang, bla bla bla, wie viel Geld ich und wie viele Punkte ich verdient habe. Und wenn ich aber zum Beispiel auf die PS4 gehe, weil das habe ich noch nicht gestartet und noch nicht ausprobiert, wie ihr seht, ist noch nichts. Das heißt, überprüft auf jeden Fall, dass ihr auf der PS3 oder auf der Xbox 360 auch alles eben schon reingeladet habt, das heißt, dass hier auch alles wirklich angezeigt wird, denn ansonsten, wenn ihr euch nur registriert und nur verbindet und das Ganze nicht updatet wurde, könnt ihr dann eure Sachen vielleicht nicht übertragen. Deswegen, wie gesagt, alles anschauen und ja, hier könnt ihr auch dann auch gleich mal weiterlesen, wie ihr alles übertragen könnt, da kann man gerne auf weitere Infos klicken und hier seht ihr nochmal, also wie gesagt, ihr müsst euch anmelden, bei Spam Social Club müsst halt eben auch euren Account verknüpfen und mein Tipp halt eben ganz wichtig, schaut auch unter Spiele über GTA 5 dann, ob auch wirklich alles schon abgeglichen, das heißt halt eben hochgeladen ist, damit auch wirklich alles angezeigt wird. Und dann erst auf die PS4 gehen, PS4 Game starten und den Charakter übertragen, das zeige ich euch auch jetzt. Auf eurer Next Gen Konsole startet ihr dann logischerweise einfach das Spiel, müsst ihr dann ein paar Einstellungen tätigen, natürlich auch ein paar Sachen installieren, erstmal das Spiel wird komplett installiert, danach genau, müsst ihr auch noch den Singleplayer installieren, das dauert auch nochmal ein bisschen und dann geht's weiter. Ihr könnt nämlich nicht gleich online spielen, was denn sonst, wenn ihr auf online geht, seht ihr, ist noch nicht verfügbar, ihr müsst den Prolog abschließen, das heißt, Prolog einfach ganz schnell durchzocken, geht ja relativ einfach, weil das stimmt man eigentlich auch überhaupt nicht und wenn ihr den Prolog dann erst habt, dann könnt ihr auch wirklich erst online gehen. So, wir haben jetzt den Prolog fertig, das heißt, wir gehen jetzt auf Optionen und klicken auf online und hier steht auch schon Charakter übertragen. Das wollen wir ja natürlich machen, dafür sind wir hier, deswegen klicken wir einfach mal drauf und es verbindet uns mit unserem Social Club. Wenn wir alles vorne richtig gemacht haben, alles verbunden haben, alles aktualisiert haben, müsst ihr es sich gleich jetzt eben verbinden und müsst ihr es auch erkennen. Da müssen wir natürlich wieder mal unsere Seele verkaufen und ein kleines Häkern setzen an die Nutzungsbedingungen. Natürlich vertrauen wir dem Ganzen, klicken auf Abschicken und können wieder zurück zum Spiel gehen. Und zwar werdet ihr jetzt kurz mal wieder hinausgeworfen und dann geht ihr einfach gleich nochmal neu auf Charakter übertragen und jetzt könnt ihr erst dann wirklich den Charakter übertragen. Das heißt, ihr müsst erst alles akzeptieren, dann geht ihr nochmal rein, dann wird der Charakter übertragen. Hier müsst ihr nochmal auf Ja klicken, was halt eben passiert, das heißt, ihr könnt es früher oder auch später übertragen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen neuen erst mal erstellen wollt, könnt ihr das gerne machen und später auch noch übertragen. Ich würde euch aber empfehlen, es gleich zu machen, sonst gibt es vielleicht später nachher noch irgendwelche Probleme. Auf jeden Fall, wir klicken hier auch wieder einfach auf Ja und können dann unseren Charakter, den wir eben auch übertragen wollen, auswählen. Falls ihr zum Beispiel früher verschiedenste Charaktere habt, kommt jetzt eben ein kleines Auswahlfenster, wo ihr dann auswählen könnt, welchen ihr haben wollt. Ich hatte nur einen, Position 1, wie ihr seht, Level 60, das ist mein normaler Charakter und den wähle ich halt eben auch aus. Mit dem möchte ich weiterspielen, deswegen klicke ich da drauf. Wie gesagt, falls ihr da mehrere habt, könnt ihr dann verschiedene auswählen und diesen dann auch übertragen. Jetzt bestätigen wir einfach wieder, könnt ihr nochmal lesen, was eben passiert, aber wir drücken auf Ja und dann wird das Ganze verarbeitet. Das kann ein bisschen dauern, wie ihr seht, Übertragung wird ausstehen, das heißt, es muss noch etwas überlegen. Rockstar Games gleicht das noch ein bisschen ab und wenn ihr einfach ein, zwei Minuten wartet, sollte das dann gleich gehen. Und ihr geht dann einfach wieder auf Online, könnt dann auf Charakterauswahl gehen, kommt dann in das neue Fenster. Also wenn die Übertragung halt eben abgeschlossen ist, wie das hier bei mir steht, könnt ihr dann halt eben bei der Charakterauswahl euren Charakter von der PS3 oder Xbox auswählen. Und eine echt coole neue Animation hier, wie ihr seht, ihr könnt auch sehr, sehr viel neu einstellen. Ich will natürlich keinen neuen Charakter erstellen, sondern nehme meinen alten, deswegen wähle ich den einfach aus. Ihr könnt das Aussehen dann wirklich noch extremst viel verändern. Ihr könnt auch Nico Bellic, den kennt ihr vielleicht noch aus GTA 4, als Vater auswählen. Habe ich natürlich nicht gemacht, habe meinen Charakter eigentlich so gelassen, wie er war. Ich habe ihm noch ein paar Haare spendiert. Und nachdem ich halt eben fertig war, da kommt natürlich gleich auch noch ein kleines Foto, das darf man natürlich nicht vergessen. Kann man sich dann schön einrahmen. Und wie ihr seht, hier steht Axel Lila, also mein Name und Übertragen. Das heißt, das ist mein übertragener Spieler, den ich halt eben schon auf der PS3 hatte. Und ja, so schnell geht das. Jetzt habt ihr euren Spieler übertragen und könnt auch schon gleich online zocken. Jetzt lädt dann alles und ihr hört eigentlich gleich dort auf, wo ihr aufgehört habt. Auch das letzte Mal auf der PS3 oder auf der Xbox und könnt gleich weiter loslegen. So, was habt ihr jetzt? Ihr habt alles. Das heißt, ihr habt eure Autos, ihr habt euer Geld, ihr habt eure Häuser, ihr habt eure Garagen. Ihr könnt gerne überall hinschauen, wo ihr wollt. Ihr habt wie gerade alles noch ganz normal da. Das einzige, was sich jetzt verändert hat, ist die Grafik. Das heißt, es ist eigentlich alles gleich geblieben. Ein paar neue Sachen sind logisch dazu gekommen. Ein paar neue Autos, ein paar neue Waffen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, diese Übertragung funktioniert eigentlich wirklich super einfach und super schnell. Ihr habt dann alle Sachen, die ihr auch davor hattet. Und ja, wenn ihr jetzt aber, kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr jetzt aber nur auf PS4 spielt, dann später mal auf die PS3 zurückgeht und dort weiterspielen wollt, funktioniert das nicht. Denn wenn ihr jetzt auf der PS4 oder auf der PS3 spielt, könnt ihr das dann später nicht mehr übertragen. Das heißt, wenn ihr auf der PS4 jetzt 10 weitere Level gemacht habt, habt ihr auf der PS3 immer noch nur die gleichen 60 Level, wie ich zum Beispiel vorhin. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr euch helfen könnt, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, bitte einen Daumen hoch zu geben. Und falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, auch nicht vergessen zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Axelie von CRDG. Ciao. Soeffort Soeffort